Wir haben heute ein ganz schweres Spiel vor uns gehabt. Das war das erste Spiel seit elf Wochen Vorbereitung und dementsprechend schwer haben wir uns getan. Wir haben eigentlich 19 Minuten lang unseren Rhythmus nicht gefunden. Haben dann Gott sei Dank durch vier Standardsituationen die Tore gemacht. Auch zu günstigen Zeitpunkten. Ich glaube, Anfangsphase erste Halbzeit, dann Anfangsphase zweite Halbzeit. Aber da ist noch viel Arbeit, die vor uns liegt. Wir spielen jetzt in Essen in der Meisterschaft, dann am Mittwoch zu Hause gegen Leverkusen. Da ist noch einiges, was kommt und wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich Fahrt aufnehmen und vor allem unseren Rhythmus finden. War schön, dass die Bundesliga jetzt eben wieder losgegangen ist. Auch mit Bayern hat mich darauf sehr gefreut und ich denke, dass wir eben, es war wichtig, dass wir gut in die Saison starten, dass wir eben drei Punkte holen und dass halt auch ein 4-0 rausgekommen ist. War auch mal schön, dass wir einfach wissen, wir können auch wieder Tore schießen. Aber ich denke, dass immer noch viel zu verbessern ist, dass wir vor allem im spielerischen Bereich und im Zweikampfverhalten einiges noch dazu lernen müssen. Aber ich denke, für das erste Spiel war es jetzt ganz in Ordnung.